Jo Leute, was geht? Und wir spielen heute mal eine Runde AdWords Warfare, um eine neue Waffe bekommen und die möchte ich euch sozusagen vorführen. Ich sag mal so, sie ist die overpoweredste Waffe im Spiel und ist für mich overpowereder geworden. Die meisten von euch werden die wahrscheinlich haben oder kennen, aber für die, die es noch nicht tun, Alter, ihr kennt ja die Ball, das ist ja klar. Aber ich habe eine besondere Variante dabei bekommen, warte, ich suche mal Team Deathmatch oder suchen wir frei für alle, ist mir eigentlich komplett egal. Machen wir Team Deathmatch, sonst spiele ich immer frei für alle. Erstmal eine Vorausslieferung, mal sehen was drin ist und... Elite! Uiuiui, drei Schaden mehr! Heilige Scheiße! Wenige Präzision und weniger Schussrate, das ist mir ja egal. Warte, wo machen wir das rein? Hier. Holy Shit! Das könnte ja heftig sein, das Ding. Das probeln wir jetzt gleich mit aus. Wir machen zwei Runden und in der ersten zeige ich euch die Ball und zwar diese Ball hier, die einfach noch mehr Schaden hat und noch mehr Beweglichkeit, ist das glaube ich, oder was ist denn das? Ja, noch mehr Beweglichkeit, mehr Schaden und dafür weniger Präzision, also eine geringere Schussrate und schlechtere Handhabung, aber ganz ehrlich, darauf kacke ich. Wir spielen auf Bayer Lab Team Deathmatch und... Na, mal gucken, was drin ist. Weil die Ball mit mehr Schaden und altfalls weniger Präzision, das ist mir doch scheißegal. Ihr wisst ja, wie präzise die Ball ist. Deshalb. Auf geht's. Fünf oder sechs, ich weiß es nicht. Mann, fünf. Aber das regt mich mal so auf. Na, kommt mal, ich bin da als einziger in der Lobby und kein anderer Sack ist da. Muss ich mal warten. Das ist ja wirklich jedes Mal so. Ich bin immer der Erste. Ist das bei euch auch so? Ist das ein Fail oder... Oder nicht? Ich habe keinem was, was es ist. Irgendwas regt zu mich auf, weil die Musik ist schon lange vorbei, da steht nicht mal Spielbindern um 15. Wir chillen hier immer noch und jetzt geht das jetzt los. Das ist also mit dem Countdown, das ist ja voll bescheuert. Ist das bei euch auch so? Wenn ja, ist das voll behindert. Naja, egal. In der ersten Runde heute, ich bin aufgeregt, was so drin ist und auf geht's. Los geht's. Ich bin kein Befürworter, dieser Map. Ich bin mal da rein. What the fuck? Ich seh nichts und ich bin... Da, da, da. Wie irre Power die ist? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist doch... Wie witzig ist das? Ein dreckiger Witz ist diese Waffe. Ah, okay, gegen zwei hat das Ding dann auch nicht meine Chance. Aber dennoch, habt ihr das gesehen? Es ist doch unglaublich. Ich hab mal so'n Scheiß geschützt, was glaube ich jetzt mittlerweile auch schon von alleine schießt, kann das sein. Sonst bringt das eh nichts, weil ich das eh nicht steuere. Na, schade. Ah, jetzt hab ich ihn noch bekommen. Ich vermute... Ich weiß überhaupt nicht, wo Gegner sein könnten. Hier irgendwo, ich hab doch hierhin gesehen. Exo-Fähigkeiten. Shit. Oh, nee. Der hat unten gecampt. 6 zu 2. Deshalb würde ich einmal gerade doof gestorben sind. Vor allem, dass es meine erste Runde ist und das... Eigentlich ist das nur die Waffe. Müssen wir mal kurz gucken. Hä? Ich müsste doch eingehen. Oh, nein. Wo war der denn? Da war der. Ach du Scheiße. Gut. Finde ich mir ziemlich unübersichtlich und ich fahre jetzt nicht von, wo die Gegner kommen. Nie. In keinem Fall. Aber... Ja. Huh. Was ist sein Auftrag denn? Also diese Ball gefällt mir ziemlich gut. Ich glaube hier unten hab ich gerade einen Gegner gesehen. Den hab ich aber ganz schön ausgetrickst. Ich krieg gleich... Uah. Auch mal der herkommt. Ist dann nicht mein Problem. Ich hätte das Bedürfnis hier rauf zu gehen. Da ist ein Franzose in dem Lobby. Oh, das war so scheiße geaimt. Das gibt's ja gar nicht. Naja, egal. Dennoch zieht man glaube ich die Stärke dieser Waffe. Und... Das ist krass. Also wenn er die bekommt... Uiuiuiuiuiui. Oh shit. Ja, ja. Angeg hab ich mich drauf verlassen, weil da Teammates waren, dass da kein Gegner ist. Aber gut. Naja, das sollte man nicht tun. Da war ein Gegner. Ich hab ihn gesehen. Wird die Lags zurückkommen. Nicht schön. Jetzt weiß ich nicht, wo Gegner sind. Das fehlt mir dieses Wissen. Holy shit. Das war doof. Schön gekonnt. Dem quasi meine Positionen den Gegner verraten. Und falls ihr euch fragt, warum nicht so heftig viele Videos kommen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich aktuell nur auf der Playstation 3 aufnehmen kann, weil mein PC momentan noch nicht die richtigen Teile hat. Die Grafikkarte ist bestellt und sobald die da ist, kann ich auf der PC aufnehmen. Das heißt, ich kann momentan nur PS3 aufnehmen und ich spiele momentan so gut wie keine PS3. Also höchstens der Vons Warfare oder HGTA, aber das war's dann auch. Ich spiele viel mehr am PC. Viel, 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 viel mehr. Und das kann ich nicht aufnehmen, aber das ist richtig bitter. Nicht extrem schade, aber sobald meine Grafikkarte da ist, ist das ja auch geändert. Oh. Oh, hier. Oh, fuck. Was? War das eine Samtex? Ah, will gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen. Holy. Können wir da lang? Ich glaube, hier könnten wir Gegner treffen. Aber es war schon. Die Runden gehen ziemlich schnell vorbei. Deswegen spielen wir noch eine Runde mit der anderen Waffe. Und. Das war doch ganz geil. Also ich meine, 14a für die erste Runde heute. Also die Waffe ist ein bisschen gut. Ein bisschen viel Schaden. Also ganz ehrlich, ich bin stolz. Nein, ich bin nicht stolz. Entschuldigung. Ich hätte Glück gehabt, diese Waffe zu bekommen. Aber irgendwie ist das ja ein bisschen krass. Aber die ARX mit drei mehr Schaden. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Weil eigentlich mag ich diese Waffe gar nicht. Aber wenn die dann so ein Burst, ob der dann auf jeden Fall tödlich ist. Ich weiß das nicht. So, ja. Riot bitte nicht. Oh, nee, bitte nicht. Ja, Zug fallen. Was haben wir denn hier? Oh, ich habe dabei was drauf. Jetzt kann man hier noch drauf packen. Schalldampfer, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Aber mache ich einfach mal. Meine einzige Waffe, die ich bald auf Diamant habe, ist diese Waffe. Die nette Arcade fängt noch. Ja, 21 von dem. Und 10 von denen. Und dann noch ein paar. Und die gehen davon alleine an sozusagen. Ich spiele ja ohne Access. So, also letztendlich ist das auf der Playstation 3 so. Die Grafik. Ist bei mir schon echt ein Kritikpunkt, warum ich das nicht mehr so viel spiele. Und PS4 würde sich für mich jetzt einfach nicht anbieten. Deswegen ist das ein bisschen so zwingenmäßig. Deswegen spiele ich nur Playstation 3. An sich macht es ja auch noch Spaß. Aber ich meine, meine, die Grafik und generell ist, und die Connection ist nicht ganz so meins. Irgendwie so heftig. Und deswegen weiß ich nicht, wen ich so begeistert davon. Aber, naja, was willst du tun? So, den lassen wir jetzt nochmal die zweite Runde in den Angriff nehmen. Mal gucken, wie die... Äh, wie die ARX ist. Wenn die so heißt, weiß ich nicht. Ich glaube schon. So, bald ist Silvester. Das wird geil. Ja, ja. Eine Woche Ferien. Dann haben wir schon vergeigt, ne? Wie auch immer das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht. Passiert mir immer. So, ARX. Die sieht manchmal besser aus. Und jetzt bin ich wieder alleine in der Lobby. Nee, ein XX Nice Tom XX19 ist mit in der Lobby. Was denn auf diesem Kanal bei kommen wird, sobald meine Grafikkarte angekommen ist, ist Minecraft. Da kommen wir nicht drum herum. Ich zocke viel Minecraft. Alle möglichen PvP-Spielmodi. Alle möglichen Sachen in Minecraft. Das wird auf jeden Fall folgen. Und das wird richtig cool. Des Weiteren. Joa, einige Spiele habe ich denke mal für ein PC noch, die man generell spielen kann. Eventuell will ich auch COD auf PC umsteigen. Das weiß ich dann noch nicht. Den müsste ich mir AW nochmal kaufen für ein PC. Das ist dann eine andere Geschichte, ob ich das tun werde. Ja, werde ich mir dann noch aussuchen. Auf jeden Fall Minecraft, Minecraft, Minecraft. Also nicht nur Minecraft, aber viel Minecraft. Kann ich schon mal so vorweg sagen. Und da habe ich richtig Bock drauf und da freue ich mich drauf. Holy shit. Achso, habe ich nicht gerade eben noch erwähnt, dass ich die Map nicht haben will. Warum kann man da nicht lang gehen? Holy shit. Holy shit. Okay. Erst der Eindruck, der eigene Börse hat gekillt. Aber eigentlich mag ich die Waffe überhaupt nicht. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, wo die gehen. Wahrscheinlich kommen die gehen erst von hier. Oh, fuck. Okay. Oh, ich dachte gerade. Da oben vielleicht. Okay. Äh. Was? Och, nö. Und diese Leute, die immer dann für einen Moment da sind und dann direkt wieder abhauen. Dann denkt man sich immer, was geht denn mal denen ab? Okay, hier ist nichts los. Hier ist nichts los. Ich dachte, die Leute, die kommen gleich ewig mal hoch. Was? The owned bitch, please. Okay, aiming fail. Oh, ich habe alles daneben beschossen. Der hat auch die heftige Ball, ne? Ne, das war ein anderer Ball. Diesen Ball entfernen. Das hört sich natürlich auch nicht so nett an. Ich glaube, man geht lang. Oh. Haben wir ihn? Oh, nee. Egerlich. Egerlich, hm? Nein, ärgerlich. So, ähm. Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Waffe halten soll. An sich ist die einfach scheiße. Mit meiner Meinung nach. Aber mit dieser Ausrüstung hier. Wenn man richtig treffen würde, würde er einen Burst killen. Eben, jemals. Ähm. Weiß ich nicht. Oh, was? Hä? Wie? Oh, nee. Also ehrlich, jetzt in diesem Spiel. Die Gegner kommen von überall. Das ist nicht irgendwie gut. Das ist eher schlecht. Das ist Tatsache. Aber man muss sich da irgendwie vorbereiten können. Man kann sich in jedem Spiel vorbereiten, von wo die Gegner kommen. Aber hier nicht. Wirklich. Ja, ein bisschen natürlich. Wie, was geht, wenn ich bin? Warum sehe ich ihn durch die Wand? Ich kenne die Perks nicht. Keine Ahnung. Egerlich. Hm. Ich weiß nicht. Die Map ist einfach schrecklich. Wenn ich sogar meine Hass-Map Nummer 1. Wo kommt der schon wieder her? Da war ich. Ich habe doch gerade da hingeguckt. Und genau in dem Moment springt er doch hoch. Das ist nicht mehr normal. Weil da kann man nichts gegen machen. Und das ist einfach ätzend. Meine Fresse. Nein. Alter. Mit dem Ding kann ich nicht gut aimen. Mit dem Ding. Ich weiß nicht. Du musst nur gut aimen. Aber man kann damit nicht gut aimen. Gut. Das hat ja selbst die Schaden. Aber das macht das wirklich nicht gut. Ehrlich nicht. Beim besten Willen. Um tausendmal besser als zwar Feuer. Aber trotzdem noch keine Waffe, die man spielen würde. Also meine Meinung nach. Ah. Assist. Jetzt sind hier unten. War noch einer. Okay. Das war gerade gut. Eine Drohne. Nice. Den haben wir auch noch. Das war eine Drohne über uns. Ich muss mich kurz konzentrieren. Auf einmal. Was haben wir das gerade? Ich frage mich nicht. Okay. Ich bin tot. Aber ich kann Warbird nochmal schnell raus haben. Wobei der eigentlich echt kacke ist. Okay. Okay. Flieg Warbird. Flieg. Oh. Alter ist der Scheiße. Ist der Wobblet scheiße. Was ist das für ein Scheißstreak? Entschuldigung. Aber ehrlich. Was ist das denn? So schlechter als die Waffe. Oh Gott. 17 zu 9 letztendlich. Bin ich noch zufrieden damit. Oh ne. Also die Waffe ist ja ehrlich ein absolutes No-Go irgendwie. Aber die ist in viel zu vielen Situationen viel zu schlecht. Jetzt diese eine Situation war die richtig heftig auf einmal. Aber das bringt ja nichts, wenn die Rest einfach kacke ist. Also da gefällt mir die Ball schon deutlich besser. Deshalb würde ich einfach mal vorschlagen, dass das jetzt für heute genug ist. Und wir herausgefunden haben, dass verbesserte Waffen vor allem Elite nicht so schlecht sein können. Auf jeden Fall ist sie sehr heftig. Ja. Das ist nicht schlecht. Die Waffe ist wirklich geil. Sieht geil aus. Ist einfach nur heftig. Bin gespannt, wie sie mit Schalldämpfer so sich spielen lässt. Deswegen werde ich das gleich mal testen. Aber jetzt erstmal sage ich mal. Ja. Danke fürs Anschauen des Videos. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Ja. Des Weiteren wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.